Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Kena. Wir haben beim letzten Mal den Pfad des Kriegers abgeschlossen und gehen heute nochmal nach oben und schauen, ob wir ihn jetzt besiegen können. Moment, wir können ja mal gerade hier mit dem Kollegen sprechen, ob er vielleicht noch irgendwas zu sagen hat. Ja, das mit dem Ausweichen ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Dann gehen wir mal nach oben. So, hier waren wir ja schon mal. Und einmal, genau, einmal nach oben klettern. Und hier geht's rein. Perfekt, da sind wir. Zweimal Heilung. Interagieren. 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 Your will is strong, Spirit Guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come on. Los geht's. Okay. Nein. Two Fehler. Ich habe das Gefühl, mit Nahkampf kommen wir bei dem nicht weit. Auf jeden Fall ist Parieren das, was uns die besten Chancen gibt. Ja. Okay. Oh, scheiße, das verbaut, das fehlt. Meine Hoffnung ist ja, dass wir den Dreh jetzt so langsam rauskriegen. Mit dem Parieren und dem seine Taktik. Okay, ein Fall und dann ist Schluss. Da ist er wieder in der Mitte. Ah, ich vergesse es immer. Nein. Nein. Boah. Na, super. Das würde eine fallen. Na super, fast komplett gekillt, nur wegen, ach, es ist doch zum Kotzen. Haben wir noch ein Leben übrig hier? Ja, okay, boah ganz so lang. Das wäre jetzt schon Schluss, glaube ich. Komm, sag mal an. Na super. Komm schon. Ja, oh wir haben ihn. Oh, alter Schwede. Die Rot sind ziemlich stark. Aber ich habe ihn schon einmal vorbeige. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ja, parieren. Wir haben es richtig hinbekommen. Und das war die Lösung. Bergschreien. Der einsame Fahrt. Hier sind wir. Was eine Schlacht. Aber wir haben es geschafft. Oh ne, sag nicht. Hier kommt nochmal was. Okay. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, oder? Ich muss das Rote treffen, oder? Okay, aber nur mit Pfeil. Oh. Oh. Hier kommt schon. Aber der kriegt schon ganz gut Schaden über diese Stellen. Ah, das ist ein Typ. Okay. Was passiert denn jetzt? Okay. Ich habe fast schon das Gefühl, der will uns irgendwas leeren. Okay. Ein Portal. Wieso treffe ich denn da nicht? Ich bin gleich down. Nee, das hat nicht funktioniert. No. Ah. Ah. Ich bin gleich. Das war's für heute. Okay. Okay. So. So. Nächstes. Und rein da. So. 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 Wie fühlt der Boden? Fällt weg? Hä? Sollen wir denn da hinkommen? Ich habe halt keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das ist halt auch nichts anderes. Zurück kann ich auch nicht. Hä? Einmal noch. Kann ja nicht sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss mir grad nachgucken. Okay, wir müssen halt wirklich einfach das machen. Das war knapp. Okay, ich dachte grad kurz, ich treffe nicht. Sauber. Was? Oh. Da sind sie wieder. Und wir gehen wieder rein. Jetzt bin ich echt gespannt, ne? Was ist die Helle? Hä? Scheiße, ich weiß nicht, warum das auf einmal so ruckelt. Das liegt auf jeden Fall am Spiel. Da ist er wieder. Okay, das war richtig. Alter, ey. Sauber. Nein. Und es ruckelt wieder ab. Okay. Dürfen wir? Der macht wieder den Angriff. Scheiße. Auf jeden Fall hat man hier schon mal ein bisschen mehr Heile, als in den anderen Kämpfen. Okay. Schön. Alter Schwede. Ballons wieder herstellen. dich. Okay. established an Min'den Kupacan. Abonniert ihr gua. Ich binworte. auf jeden Fall. Oh boy, ich bin ja handy18. Angriffanship. Unsere Ancestors haben in die Macht des Mountaineenshrines geglaubt. Die Wasser haben unsere Stadt gegründet. Sie haben uns Leben gegründet. Sie haben unsere Verbindung mit dem Geheimnis gegründet. Ich konnte nicht verstehen, warum Sie uns verletzen würden. Unsere Haus war schrecklich. Und die Leute nach mir schauen, für Antworten. Ich habe sie verletzt. Ich konnte nur sehen, wie die Leben aus der Stadt verletzt. Ich habe sie verletzt. Ich habe sie verletzt. Sie sind die Bühne. Sie sind ein Teil einer Natur-Sycle. Die Land braucht Zeit für die Geheimnis. Ich habe sie verletzt. Wir müssen über die Bühne. Es ist Zeit für ein neues Haus. Ihre Hoffnung in den alten Wäldern hat dich blindiert. Sie sind die Bühne. Sie sind die Bühne. Sie sind die Bühne. Sie sind die Bühne. Sie werden sie verletzt. Sie sind die Bühne. Sie sind die Bühne. Sie sind die Bühne. Sie werden sie verletzt. Sie sind die Bühne. Why are you punishing us? Why? What did we do? Answer me. How many people must die? Why? Why? Tell me! Don't turn your back on me. Listen to me! Don't turn your back on me. Das war's. 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 Und so und meditieren. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020